Moin Moin Leutis und ganz herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Genau, und heute zeige ich euch mal wieder einen Bug in Star Stable, wieder zum Halloween Festival. Und zwar, wie ihr unendlich viele Herbstmarken bekommt. Ich habe euch ja schon den Seelensplitter Bug gezeigt, der ist auch hier auf dem i-Punkt verlinkt. Aber es gibt auch einen für die Herbstmarken, den ich gerade entdeckt habe. Und die könnt ihr eigentlich gut gebrauchen. Hier gibt es ja sehr viel an Outfits und so. Vielleicht kommt sogar noch was dazu in den nächsten Wochen. Und ja, dieser Bug geht mal wieder sehr einfach. Und zwar macht ihr dafür als allererstes das grauenvolle Rennen des kopflosen Reiters. Genau, und dann seid ihr fertig mit dem Hinrennen. Und habt hier zwei Herbstmarken dazu bekommen. Ich hatte vorhin acht, jetzt habe ich zehn. Dafür müsst ihr ja gar nicht zu der gehen, sondern ihr kriegt die Belohnung einfach. Und wenn ihr euch jetzt auslockt und wieder einlockt und zurückkommt zur Festung des Galopiras, dann könnt ihr das Rennen einfach wieder von vorne machen. Das so oft am Tag, wie ihr wollt. Also ich habe das Rennen jetzt heute schon zum dritten Mal gemacht. Und das könnt ihr den ganzen Tag quasi machen. Also so oft, wie ihr wollt. Und dann kriegt ihr jedes Mal die beiden Herbstmarken. Und wenn ihr das zum Beispiel jetzt fünfmal macht, also das ist gar nicht so ein hoher Zeitaufwand, wie man jetzt vielleicht erstmal denkt, dann habt ihr schon mal wieder zehn Herbstmarken dazu gewonnen. Und das ist ziemlich schnell. Und könnt euch davon hier schöne Sachen im Shop holen, wie so eine ausgefallene Satteldecke zum Beispiel, die ich ja schon durchaus sehr cool finde. Die kann ich mir jetzt zum Beispiel wiederum holen. Und ja, das ist der Herbstmarkenback. Super einfach und super schnell. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen mit diesem Video. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like und natürlich ein Abo da. Und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren. Und ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.